In Matthäus Kapitel 24, Vers 22, um der Auserwählten... Ne, so würde kein Fleisch gerettet werden, wenn die jene Tage nicht verkürzt würden. Aber um der Auserwähltenwillen sollen jene Tage verkürzt werden. Dass wir eben nicht alle umgebracht werden. Ansonsten, wenn Jesus nicht die Trübsal abschneiden würde, würden alle umgebracht werden. Es geht hier um das Fleisch, nicht um unsere Seele. Um der Auserwähltenwillen... Oh, siehst du, Gott ist auserwähltes Volk. Gott ist auserwähltes Volk, die Juden. Hoho, Israel! Gott ist auserwähltes Volk. Aber siehst du, im Neuen Testament sind die Juden nicht mehr Gottes Volk. Im Neuen Testament ist die Nation Israel nicht mehr Gottes auserwähltes Volk. Im Neuen Testament sind wir als Christen Gottes Volk. Aber was hat Jesus gesagt? Nun, Jesus hat gesagt, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und ratet mal, wer das sind, das sind wir als Christen. Wir sind die Auserwählten im Neuen Testament. Um der Auserwähltenwillen sollen jene Tage verkürzt werden, um unser Willen. Epheser Kapitel 1, Vers 4, ihr müsst das nicht aufschlagen. Epheser Kapitel 1, Vers 4, wie er uns in ihm aus der Welt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Gott hat uns in Jesus Christus aus der Welt, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Rate mal was. Ja, jetzt denk mal mit. Schalte dein Hirn ein. Wie er uns in ihm aus der Welt hat, in Jesus Christus. Sind die Juden in Jesus Christus? Glauben sie an Jesus Christus? Sind sie Gottes Kinder? Sind sie aus der Welt? Laut diesem Vers absolut nein. Siehst du, im Neuen Testament wirst du als aus der Welt bezeichnet, wenn du zuvor auf Jesus Christus gehofft hast, sagt die Bibel, wenn du zuvor dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, wenn du gerettet bist. Wenn du in Christus bist. Wie er uns in ihm aus der Welt hat. Wie er uns in ihm aus dem Vertrauen auf Jesus Christus gehofft hast, wenn du zuvor dein Vertrauen auf Jesus Christus gehofft hast.